Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerdfall Medizin. Ich sitze wieder hier mit Dominik Fischer. Dominik, cool, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich erst, denn diesmal geht es um die RSI Schablone. Das, was die Jungs das letzte Mal schon ein bisschen angeteasert haben. Eines der coolen Tools, die zu dem großen RSI Konzept gehören. Es wird mir jetzt von magischen Händen gereicht und ich zeige es euch nochmal. Da ist sie. Sie riecht nicht nur gut, sondern sie fühlt sich auch wunderschön an. Die RSI Schablone. Okay, aber weg damit, damit die Leute nicht zu nervös werden. Dominik, was habt ihr euch dabei gedacht? Was steckt dahinter? Martin, bevor wir in die Thematik einsteigen, wäre mir da ganz wichtig kurz zu erwähnen, dass die grundsätzliche Idee für die Schablone nicht von uns ist, sondern wir haben uns da so ein bisschen umgeguckt und haben festgestellt, dass es da schon Kollegen gab, die sowas entwickelt haben und auch schon einsetzen. Hems Sydney wäre da zum Beispiel zu nennen oder auch Hems London. Oder es gab auch österreichische Kollegen, die vor ein paar Jahren damit den Innovationspreis in Oldenburg gewonnen haben und auch so eine Intubationsvorbereitungsschablone entwickelt haben. Okay, das heißt, es gab da schon einzelne Konzepte und ihr habt das einfach nochmal für euch angepasst jetzt. Genau, vollkommen korrekt. Wir fanden die Idee grundsätzlich super gut, eine gute Standardisierung und haben dann einfach probiert, diese Idee weiterzuentwickeln und vor allen Dingen an unsere Materialien und an unsere Gegebenheiten anzupassen. Okay. Und eben nicht nur die Intubation in den Fokus zu nennen, sondern die komplette Rapid-Sequence-Induction. Okay. Deshalb heißt es ja auch RSI-Schablone. Ist ja eine schlaue Namensgebung von euch gewesen. Was waren da jetzt so eure Ziele damit? Du hast jetzt schon gesagt, Standardisierung war jetzt so ein Wort. Warum jetzt eigentlich diese Mathe? Warum noch ein Tool, das man irgendwo mitschleppt? Der Punkt Standardisierung, den hast du schon angesprochen, der wird ja so ein Stück weit auch gefordert in der Leitlinie für die prähospitale Notfallnarkose. Da ist von Standardisierung in mehreren Punkten immer die Rede. Zum einen für die Vorbereitung, aber dann auch später für die Durchführung. Dann ging es uns vor allen Dingen um eine zügige und vollständige Vorbereitung und zwar nicht nur für den Intubationsvorgang an sich, sondern vor allen Dingen auch für die Punkte, die wir brauchen, wenn es schwierig wird. Wenn es irgendwo hakt oder wenn wir vielleicht mal den Plan ändern müssen. Okay. Und dann würde ich sagen, das sind ja super Ziele. Das wünsche ich mir auch immer. Und ich, der immer bei der Vorbereitung was vergisst, für den wird das ja rettend sein. Aber jetzt gehen wir es doch einfach mal an, oder? Gerne. Im unteren Bereich, wir blenden euch das ein, am besten direkt über mein Gesicht, gibt es ja so ein paar grüne Ecken. Was hat es da mit Aufsicht? Ja, da geht es tatsächlich um so ein paar Punkte, die wir praktisch für die Narkosevorbereitung relativ frühzeitig an den Patienten bringen müssen. Und dabei der allererste und wichtige Punkt, die Präoxygenierung. Die müssen wir ja letztendlich sicherstellen, je nach Patientensituation, um das einfach frühzeitig hier einleiten zu können. Drei bis vier Minuten stehen ja da immer im Raum. Das heißt, es sollte schon eine der frühzeitigen Maßnahmen sein bei der Vorbereitung. Dann die grundsätzliche Frage, habe ich denn wirklich sichere IV-Zugänge? Brauche ich vielleicht sogar noch einen zweiten als Backup-Zugang? Finde ich gut. Um da gut aufgestellt zu sein. Dann das klassische Instrument für die Tubuslagekontrolle, das Stethoskop beim Intubierenden, also sprich beim Notarzt in dem Fall. Und dann der Punkt, der dann für die Narkoseanleitung ja auch ganz essentiell ist, ist einfach ein vernünftiges Monitoring. Okay, ja klar. Das haben wir da auch entsprechend dargestellt mit einer vernünftigen Ableitung, die ein gutes Signal bietet. Dann der Plessimographie-Kurve, am besten auch mit Sättigungstonen entsprechend eingestellt. Und dann der Punkt, der uns da eigentlich am wichtigsten wäre, wäre die Kapnographie-Kurve, die mit eingestellt ist. Ja, Kurve, nämlich nicht nur die Zahlen. Genau, nicht nur die Metri, sondern vor allen Dingen auch die Kapnographie. Dann sehe ich da noch, ihr habt es ja da auch cool visuell irgendwie aufgeschlüsselt. Und dann noch das, was einer der vielen Punkte, die ich häufig vergesse, nämlich das Intervall bei der NIP-Messung. Ich bin ja genauso einer, der bei den Simulationsfällen da immer drauf reinfällt, man misst zuerst den Druck, 160, dann misst man lang nicht, dann misst man am nächsten 60. Also die NIP-Messung mit Intervall finde ich cool, dass die da nochmal draufsteht. Gerade für unser grundsätzliches RSI-Ziel keine Hypotension, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also den nicht nur zu messen, sondern später auch mal drauf zu gucken. Ja, dann der Punkt, der glaube ich mit am häufigsten vergessen wird, ist die vorbereitete Absaugpumpe, die im Idealfall auch nochmal ganz kurz vorher gecheckt werden sollte, kurz bevor man dann da einsteigt. Und da der entscheidende Punkt, wirklich einen dicklumigen Absaugkatheter zu wählen und den mit geschlossenem Fingerdipp und in dem Fall auch mal ohne Verpackung. Damit, wenn die Soße hochläuft, wir da sofort einsteigen können. Dass man nicht da an der Verpackung ziehen muss, weil es gerade so gut läuft. Richtig. Im Rahmen der Intubation sollte das Ganze natürlich dann später auch laufen. Das sind Dinge, die man dann verbal nochmal ansprechen muss. Ja, ja. Okay. Und das Letzte ist da unten, ist so ein Beatmungsbeutel mit ziemlich viel Zeug dran. Was war da euer Konzept? Genau, auch den Punkt haben wir uns ehrlich gesagt abgeguckt von Kollegen aus Hems Sydney und London. Die haben ihren Beatmungsbeutel immer so vorbereitet, dass grundsätzlich die Kapno-Kivette schon angesteckt war. Okay. Ein Filter dazwischen kommt, die Gänsegurgel und dann eben die entsprechend benötigte Maske. Hat den eleganten Vorteil, dass man damit wunderbar Beutelmaskenbeatmung durchführen kann. Man hat auch unter der Beutelmaskenbeatmung eine Kapnographie-Kurve. Super. Einen Punkt dürfen wir natürlich nicht vergessen, das ist die Sauerstoffquelle mit Demandventil oder Reservoir in möglichst hoher Konzentration. Auch was man irgendwie in der Panik schnell vergisst. Genau, möglichst schnell den Sauerstoff hier am Beutel zu haben in hoher Konzentration. Das waren also die Vorbereitungsschritte. Das ist jetzt doch gar nicht das Material und das finde ich cool, dass ihr das so mit bedacht habt. Ja. Jetzt gehen wir doch mal zum Material. Da sehe ich Laryngoskop und Tubus und noch ein Tubus. Was ist das? Dann letztendlich das klassische Instrumentarium für die eigentliche Intubation. Das heißt Laryngoskop mit entsprechendem Spatel. Für den Erwachsenen würde es ja in der Regel der Dreier-Spatel sein. Dann daneben der Vierer-Spatel, weil man ja häufig bei Intubationsschwierigkeiten eher mal auf einen größeren Spatel wechseln sollte. Das ist eher erfolgsversprechend. Da kann aber zum Beispiel auch das Videolaryngoskop liegen. Wenn man dann im jeweiligen Rettungsdienstbereich ein Videolaryngoskop zur Verfügung hat, dann sollte man das natürlich auch als First-Line-Material verwenden, als Backup, aber dann trotzdem noch das konventionelle mitbereit haben, falls es irgendwie mal technische Schwierigkeiten geben sollte. Oder plötzlich die Batterie leer ist oder sowas. Die Batterie leer ist oder der Blutsee hinten drin steht und ich halt mit der Optik da nicht weiterkomme. Genau. Okay, Tubus, ganz normal, ne? Der Tubus in der entsprechenden Größe. Wir haben uns jetzt mal hier in Abstimmung für den 8.0er für den erwachsenen Mann entschieden und 7.5 für die erwachsene Frau. Und der soll halt entsprechend geöffnet, vorbereitet, probegeblockt sein, sollte auch im vorderen Bereich dann entsprechend mit Gleitmittel versehen sein. Und vor allen Dingen die Blockerspritze, so mit 6 bis 7 Milliliter schon mal vorgefüllt, fest aufgesteckt. Okay. Finde ich auch cool, dass Sie das genau in der Größe und so, dass da nochmal die Milliliter draufstehen. Finde ich absolut genial. Weil, wie gesagt, nicht wundern, wir blenden euch da immer die Teile davon ein. Was ich auch extrem cool finde an der Folie, ist, dass daneben direkt der Tubus, der Backup-Tubus, der kleinere, also ein 7.0er liegt, als Notfall, falls man draufkommt, oh Mist, alles vorbereitet, man stellt den ein, man kommt da jetzt nicht durch, man braucht einen kleineren. Das finde ich extrem gut. Genau, dass er zum einen griffbereit liegt, aber vor allen Dingen, dass man es einfach auch im Hinterkopf hat. Wenn ich jetzt da nicht weiterkomme, gut, ich kann mal den kleineren Tubus verwenden. Das ist gut, ja. Okay, dann gehen wir da so ins obere Eck, da ist ja die Maggillzange zu sehen. Was war da so euer Konzept oder was sind die ganzen anderen Dinger, die da so rumliegen? Ja, also vermutlich tatsächlich das Tool, auf das man am ehesten verzichten könnte. Wir haben es jetzt ganz bewusst da mal mit aufgenommen, weil es halt in vielen Lehrbüchern mit erwähnt ist, so grundsätzlich in der Ausbildung häufig, einfach auch mit zur Indubationsvorbereitung gehört. Der Einsatz von der Maggillzange, glaube ich, jetzt bei der klassischen RSI, der ist eher verschwindend gering. Also der Bolus, der dann zufälligerweise da hinten drin steckt. Natürlich in Nürnberg, das Nürnberger Rostbratwürstchen, das da hinten drin steckt, das ist natürlich eine häufige Indikation, aber das ist jetzt was sehr Lokales. Eine kleine Nürnberger Spezialität. Okay, weiter geht es dann irgendwie mit den Güdel- und Wendeltubus? Genau, da haben wir ganz bewusst auch nochmal die Tools bereitgelegt, die wir brauchen. Wenn der erste Indubationsversuch scheitert, dann würden wir nach Algorithmus zu einer Beutelmaskenventilation übergehen, um den Patienten wieder zu reoxygenieren. Und da haben wir gleich die Teilbereiche halt mit dabei, um die Beutelmaskenbeatmung einfacher zu gestalten. Es sollte dann grundsätzlich mal in den Güdel-Tubus eingelegt werden. Aber gerade dann, wenn ich vielleicht mal den Güdel-Tubus nicht platzieren kann oder wenn es vielleicht als Luftbrücke nicht ausreicht, dann eben noch den Wendeltubus da additiv mit dazu packen kann. Es gibt da durchaus in anderen Ländern Konzepte, dass man grundsätzlich immer bei einer schwierigen Beutelmaskenbeatmung Güdel reinpackt und den entsprechenden Wendeltubus dazu hier noch relativ wenig verbreitet. Dafür wird man teilweise auch ziemlich komisch angeguckt, habe ich bemerkt. Und unsere Erfahrung war so bei der Beutelmaskenbeatmung, wenn es mal richtig schwierig wird und man Probleme mit der Abdichtung hat, dann tut man sich doch häufig mit einer kleineren Maske leichter. Von daher liegt neben der vermutlich passenden Maske immer noch eine Maskengröße kleiner mit auf der Matte bereit, um da auch gut vorbereitet zu sein. Okay, das finde ich ja gut. Und dann drunter natürlich die Fixierung. Da denke ich, gibt es wahrscheinlich verschiedene. Wir haben jetzt den Thomas Holder bei uns in allen Bereichen. Ja, es gibt Rettungsdienstbereiche, da sind die ziemlich verbündet und teilweise vom ELRD sogar verboten, weil doch auch teilweise Nachteile. Aber es ist trotzdem ein Tool, das aktuell weit verbreitet ist und auch bei uns noch gängig verwendet wird. Da kann natürlich alternativ auch irgendein anderes Fixierungsmaterial liegen, das entsprechend laut MPG zugelassen ist. Okay, und ganz, ganz, ganz oben sehe ich da so was Blaues, was Langes und das gefällt mir sehr. Genau. Das hat nichts mit dem Philipp zu tun. Nein, es ist der Bougie, den haben wir mit draufgepackt. Zum einen, weil wir natürlich am Fahrzeug mitführen, aktuell noch für den schwierigen Atemweg. Aber es gibt durchaus auch Konzepte, die besagen, man sollte gerade bei einer Notfallintubation den Bougie großzügig verwenden. Auch gleich als erstes Angriffsmittel, weil wohl die Intubationserfolgsrate damit nochmal deutlich steigt. Okay. Hier liegt er tatsächlich eher nochmal als Backup mit dabei, falls es schwierig wird. Ich muss dir sagen, persönlich finde ich den Bougie super, gerade bei so Videointubationen. Also gerade, wenn du es dir darstellend daran denkst, super, jetzt sehe ich es und du kommst mit dem Tubus nicht ums Eck. Egal, wie man ihn vorbiegt, egal, wie man ihn lagert, man sieht es und man kommt da nicht dran und mit dem Bougie, zack, ist der Tubus drin. Das ist eine super Sache. Und gerade bei den hyperangulierten Spateln, da braucht man auch einen Spiegel. Genau, da brauchst du auch irgendeine Bougie, weil da hilft es nichts. Genau, da ist ja die Achse, dann wieder eine andere. Okay, ganz oben im Eck ist was Rotes, da steht Plan B. Was war da euer Gedanke? Genau, da war einfach nochmal der Gedanke, dass wir dann den alternativen Atemweg mit in den Fokus nehmen, den auch rot mit umrahmen. Einfach mit dem Hintergedanken, falls die beiden Intubationsversuche dann tatsächlich fehlgeschlagen sind, da gleich auf den alternativen Atemweg umsteigen zu können. Okay. Also unsere Rescue-Strategie. Das ist jetzt in dem Fall in unserem Bereich die Igelmaske und da habt ihr noch eine Magensonde quasi, falls wir jetzt bei der moderneren Generation ja diesen Magensondenkanal noch dazu haben. Wenn wir den Gastralkanal haben, dann sollte man ihn auch bestücken und als Gedächtnisstütze da eben auch gleich nochmal bildlich mit dargestellt werden. Super. Okay, und als allerletztes unten im Eck ist so ein Algorithmus. Was soll das? Ja, da ging es einfach nochmal darum, kurz und knackig den aktuellen Algorithmus für den schwierigen Atemweg darzustellen. Derjenige, der die Intubationsfolie vorbereitet, schaut im Idealfall vielleicht nochmal kurz mit drüber und vergegenwärtigt sich dann nochmal das entsprechende Vorgehen. Aber vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel die Intubation einfach mal als Übung vorbereitet mit einem Praktikanten, dann kann man da anhand dieses Algorithmus einfach nochmal die wesentlichen Punkte durchgehen. Das ist einfach nochmal so ein kleiner Reminder, den wir da mit draufgepackt haben. Den Plan C muss man tatsächlich verbal ansprechen. Also die Koniotomie haben wir jetzt nicht mehr mit draufgepackt. Die sollte aber natürlich dann entsprechend nochmal verbalisiert werden. Okay, Dominik, zusammengefasst, ein mega cooles Tool. Gefällt mir total. Du hast mir vorher auch schon mal erzählt, in euren Erfahrungen verkürzt es die Zeit zur Vorbereitung. Es verhindert Fehler. Ihr habt irgendwie 100% Kapnografierate, was mega gut ist, was in der Realität einfach oft ein Problem ist. Ohne Frage. Aber das ist ja nur ein Teil von einem größeren Konzept, oder? Genau. Also der Gedankengang war da auch ganz entscheidend, dass wir eben nicht nur irgendwelche Tools entwerfen und die dann irgendwo mit draufpacken und die Leute dann praktisch hirnlos nach diesem Tool arbeiten, sondern dass man da den geschulten und trainierten Anwender hat, der das Ganze als Gedächtensstütze verwendet. Und das ist ein komplettes Konstrukt, das daraus besteht, dass wir Hilfsmittel anbieten, die besprochen und trainiert werden, dass wir das Ganze in ein Schulungskonzept einbetten, wo man nochmal theoretische Inhalte wiederholt, praktisches Training und das Ganze dann vor allen Dingen in realitätsgetreuen Szenarien auch mal wirklich realistisch abarbeitet. Finde ich extrem gut und wie schon im letzten Video besprochen, die RSI ist einfach, egal wie super erfahren man ist, ein extrem seltenes und Hochrisikoverfahren. Ohne Frage. In wenig Verfahren können wir so viel kaputt machen beim Patienten. Deshalb ist das genial, was ihr euch da überlegt habt. Es ist echt super, super, super Sache. Ich kann jetzt schon die Leute tippen hören und die hunderten E-Mails, Facebook-Nachrichten, WhatsApp und so weiter hören und sehen und mir vorstellen, dass die kommen. Die wollen das alle haben. Wo gibt es diese RSI-Schablone? Wie kann man die haben? Sag es uns. Bei euch in den Shownotes. Da werden sie verlinken. Da wird sie zum Download bereitstehen und da kann man sie sich ausdrucken und kann sich überlegen, was kann ich da vielleicht auch selber übernehmen. Was muss ich vielleicht dann an einem eigenen Dokument anpassen. Aber die Vorlage kann man sich da mal runterladen und gucken, wie man sie weiterverwendet. Mega gut. Herzlichen Dank dazu an dich und an das ganze Team, das das gestaltet hat. Wie gesagt, schaut es in unsere Shownotes. Dort gibt es das alles auf unserer Website. Und ich denke, damit sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Hat Spaß gemacht. Danke. Ich würde sagen, liebe Leute, ihr schreibt uns alle eure Kommentare, alle eure Fragen. Die Fragen gehen alle sofort weiter an den Dominik und an sein Team. Und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder zu sehen und dich das nächste Mal zu sehen und alle anderen zu sehen. Und es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal bei Nerdform Medizin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.